So Freunde, willkommen zurück zu Waste of the Shooting Star. Jetzt machen wir Brady fertig. Du hast mich nicht getroffen. So. Zack. Zack. Nein. Yes. Was? Nochmal? Nein. Ich bin nicht normal. Ich bin nicht normal. Eins. Zwei. Nein. Fuck. So. Ich glaube einmal haben wir ihn jetzt schon. Ich habe ihn in Save State leider setzen müssen. Da der es wirklich in sich hat. Der gute Grady. Oh. Ja. So macht man es. Gut. Ich glaube ich habe ihn jetzt. So. Ja. Jetzt habe ich ihn raus. Oh ist das herrlich. So einfach. Und noch keine Ahnung. Verloren. Was seid ihr für Hinterfurzen? Äh. Ich habe nicht. Ich habe. Äh. Furzen gesagt. Ihr Hinterfurzen. Ihr. Nein. Nein. Okay. Das war nichts. Aber. Jetzt. Besiegen wir ihn gleich. So. Eins. Und die zwei. Einmal weg. Yes. Yes. Wir haben ihn besiegt. Was ist hier los? Nein. Was passiert hier? Oh mein Gott. Ein Riss in der Dimension. Aber wir halten uns fest und entfliehen. Ja. Sehr schön. Wir haben es endlich geschafft, Leute. So. Zu dem Spiel. Ähm. Eine super Umsetzung. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob zuerst dieser Teil kam und dann der Genesis Teil oder andersrum. Das weiß ich nur nicht. Aber auf jeden Fall. Schöne Spiel. Gutes Level Design. Die Musik. Bombe. Vor allen Dingen bei der Mega Drive Version. Ja. Gegner. Endgegner. Boden immer schwieriger. Ist auch gut so, dass der Schwierigkeitsgrad immer steigt. Bitte. Und. Ja. Ist ja auch normal. Äh. Ja. Ach. Herrlich. Ja. Greedy war am schwierigsten, fand ich. Obwohl, wenn man ihn einmal richtig raus hat, dann ist er auch Puppi. Da war der hier ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Oder der hier. Da weiß man nämlich nie, was er macht. Auf jeden Fall kommt er mal in der Mitte zuerst. Das weiß ich noch. Ach ja. Und da fliegt unser Resta zurück zu seinem Planeten. Um dort wieder friedlich zu schlafen. Das ist schön. Und da ist er auch noch ein Jahr nach meiner Geburt. Ja, ich bin 94 geboren. Ich bin 94 geboren. Ich bin 94 geboren. Ach ja. Zurück zu unserem Planeten. Aber Greedy lebt anscheinend noch. und hat uns vor seinen Augen. Er möchte ganz sicher Rache an uns nehmen. Passiert jetzt noch was? Nein, doch. Sega, okay. Gut, das war's mit diesem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, ja, hier Greedy nochmal, voller Pracht. Hm, na, gut. Gut, bis zum nächsten Projekt, Freunde. Bis dann und ciao. Ciao.